Die optimale Sitzposition auf dem Swapper haben Sie, wenn Sie mittig auf dem Sitzplatz nehmen und die Fußringöffnung nach vorne Richtung Arbeitsfläche zeigt und der offene Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel etwas mehr als 90 Grad beträgt. Die konvexe Sitzform sorgt für eine optimale Sitzhaltung und vermeidet Druckstellen an den Oberschenkeln. Anfänglich kann die Sitzform ungewohnt empfunden werden. Nach circa 14 Tagen hat sich Ihr Körper daran gewöhnt und profitiert von dieser guten Sitzposition. Am Anfang kann das aktive Sitzen für Sie ungewohnt sein. Gewöhnen Sie sich langsam an die zusätzliche Aktivität, indem Sie die seitliche Flexibilität zunächst reduziert einstellen und erst nach und nach mehr Beweglichkeit zulassen. Wenn Sie den Swapper tragen möchten, greifen Sie mit einer Hand unter den Sitz und heben Sie den Swapper an. Wenn Sie einen Swapper mit Rollen haben, können Sie unbeabsichtigtes Wegrollen verhindern. Legen Sie den Swapper zunächst vorsichtig auf die Seite. Tauschen Sie dann die vormontierte schwarze Schutzkappe gegen den mitgelieferten hellen Swapper-Grip aus. Dieser sorgt auch auf glatten Böden immer für Bodenkontakt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Swappen.